Prinz Harry und Herzogin Meghan werden offenbar immer unbeliebter. Allerdings haben sie es sich nicht nur mit der britischen Königsfamilie verscherzt, auch ihre Freunde wollen so langsam nichts mehr von den Sassexes wissen. Dass es sich Prinz Harry, 39, und Herzogin Meghan, 43, mit der britischen Königsfamilie verscherzt haben, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Doch jetzt ziehen auch Freunde und Bekannte nach. Offenbar werden die Sassexes immer häufiger von Gästelisten für Hochzeiten von Freunden und anderen Veranstaltungen gestrichen. Prinz Harry und Herzogin Meghan werden immer unbeliebter. Harry und Meghan werden aufgrund ihrer Entfremdung von der königlichen Familie von sämtlichen Gästelisten für die Hochzeiten von Freunden und anderen Veranstaltungen gestrichen, verrät ein Insider gegenüber Express. Es kommt offenbar immer häufiger vor, dass Harry und Meghan nicht zu wichtigen gesellschaftlichen Ereignissen eingeladen worden sind. Angeblich bestünde die Angst, es sich mit den Mitgliedern des britischen Königshauses zu verscherzen. Es besteht die Befürchtung, Das, wenn die Sassexes zu einer Hochzeit oder Taufe eingeladen werden, die Familie aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden könnte. Das wäre einer der größten Fauxpas, den man sich vorstellen kann, erklärt der Insider. Harry und Meghan sollen hinter ihrem Rücken sogar als die Ungebetenen bezeichnet werden. So fehlten die Sassexes beispielsweise im Juni bei der Royal Hochzeit des Jahres, auf der der Herzog von Westminster-Jugrowner, 33, seiner Olivia Hansen, 31, heiratete. Und das, obwohl der Herzog ein guter Freund von Harry ist. Die Einladung wurde Anfang des Jahres offenbar zurückgezogen, wobei ebenfalls berichtet wird, Harry habe die Einladung selbst abgelehnt, nachdem sein Bruder Prinz William, 42, die Aufgabe des Platzanweisers erhielt. Welche der beiden Geschichten nun der Wahrheit entspricht, weiß wohl nur Harry selbst.